Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist ein ganz besonderer Sprachübersetzer, denn damit lernt man spielend einfach Sprachen und man kann sich super gut auch verständigen, egal wo Sie sind, hier haben Sie die Auswahl von 105 Sprachen, das ist doch der Wahnsinn, Diana, oder? Ja, das ist eine super Neuheit, ich freue mich, weil das ist mein Favoritensprachübersetzer, sieht fantastisch aus, hat 105 Sprachen und für mich ist das ein super Produkt für Sprachlernen, ich nutze das sehr sehr oft, deshalb liebe ich das. Und für diesen Preis, das ist Wahnsinn, 119,99, ich habe schon nie gesehen, Sprachübersetzer für diesen Preis. Ja, und das ist wirklich ein super Preis, 119 Euro für 105 Sprachen und ich habe jetzt hier mal, Sie sehen das ja, das Ganze ist ganz einfach gemacht, man wählt sich einfach nur die Sprache aus, in die man übersetzen lassen möchte und dann geht es los. Sie wissen ja, Diana kommt aus Russland, deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Konversation, ich bin jetzt zum Beispiel in Russland zu Besuch und weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Oh, das wäre wunderbar, wenn du besuchst mich. Kommen wir, aber mal machen. Machen wir. Jetzt kannst du schon. Hallo, ich bin neu hier, gibt es hier ein gutes Restaurant? Und jetzt wird es hier in Sekundenschnelle übersetzt. Schauen Sie mal, es ist jetzt hier schon schriftlich übersetzt und das kann jetzt natürlich auch... Wie war die Übersetzung? Das ist super, das ist super grammatisch auch, ja, weil russische Sprache auch nicht so eine gleiche Sprache und das ist super, ich bin begeistert. Jetzt antworte ich dich. Ich muss einfach diese grüne Taste drücken, ja, und antworte ich. Привет, очень радe тебя видеть. Lutsche, пойдем, pauschhine mit mir. Hallo, ich bin sehr froh, dich besser zu sehen. Lass uns mit mir zu Abendessen gehen. Ich würde sagen, wir haben einen Date. Okay, kann ja mal sein, dass man dann immer Hunger hat zwischendurch. Das klingt sehr gut. Ich bevorzuge etwas ohne Fleisch. Oh, in Russland. Was sagst du? Und jetzt? Hallo, ich bin sehr froh, dich besser zu sehen. Lass uns mit mir zu Abendessen gehen. Das ist übrigens eine Wiederholungsfunktion, die ist auch sehr praktisch, zum Beispiel, wenn jemand einen den Weg beschreibt. Aber jetzt das Ganze nochmal. Super, ich habe großen Hunger. Gibt es etwas Vegetarisches? Und jetzt wird hier gleich übersetzt. Und das ist jetzt hier schon geschrieben. Also das geht wirklich so schnell. Ja, und jetzt könnte man das natürlich auch immer hin und her geben. Aber wir haben noch eine große Besonderheit. Ja, natürlich haben wir, aber in Russland, du musst ein bisschen Fleisch probieren. Ich glaube. Aber ich habe es nicht. Moment. Ja, natürlich. Ja, natürlich kann ich exzellenten russischen Borsch machen. Oh, das ist, glaube ich, mit roter Beete, oder? Ja, genau. Ohne Fleisch. Das klingt natürlich sehr, sehr verlobend. Aber noch keinen Sinn. Ohne Fleisch. Ja, aber so ein Sprachübersetzer ist natürlich auch toll. Wenn man zum Beispiel in Länder reist, und jetzt ist es ja dieses Jahr so, dass wir bald wieder reisen dürfen, es wird alles anders. Und stellen Sie vor, Sie sind in Ägypten oder vielleicht auch in China, wo man nur Schriftzeichen hat. Oder zum Beispiel das Arabische ist ja auch sehr kompliziert. Da nützt ja einen auch nicht so ein Wörterbuch, weil da muss man sich ja erst mal Wort für Wort übersetzen. Und selbst diese Schriftzeichen könnte man ja nicht lesen. Und da ist das natürlich perfekt dafür geeignet. Natürlich auch, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, wenn Ihnen nicht gut ist, wenn Sie mal wissen wollen, wo ist die nächste Apotheke. Vielleicht sind Sie ja mal nach Italien geflogen. Da weiß man ja, was das heißt. Das ist ja fast wie Urlaub zu Hause. Aber wenn man dann zum Beispiel auch mal in anderen Ländern ist, Ägypten, Türkei, wo man noch nie war, dann ist das natürlich eine Riesenhilfe, um sich zu verständigen, um Land und Leute kennenzulernen. Und wir haben noch eine wunderbare Funktion. Das sehen Sie hier, eine kleine eingebaute Kamera. Und die ist jetzt hier auf der Rückseite, die sehen Sie hier. Und die dient jetzt nicht dazu, um Fotos zu machen, Urlaubsfotos, sondern damit kann ich jetzt Geschriebenes übersetzen. Schauen Sie mal, zum Beispiel, wir sind jetzt in Russland und wir haben jetzt hier die Speisekarte. Und ich kann die aber nicht lesen und nehmen wir mal an, Diana ist nicht dabei. Dann fotografiere ich das jetzt hier ganz einfach ab. Zack. Und jetzt wird das Ganze hier gescannt. Sie sehen hier so einen kleinen Strichcode. Jetzt wird das hier gescannt. Und jetzt sieht man das hier, Schwarzbrot mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Rüben für 490 Rubel. Und vegetalisch. Super. Es ging ja so schnell. Das ist natürlich toll, wenn man zum Beispiel auch irgendwie, wenn es Vorsichtsmaßnahmen gibt oder vielleicht irgendwie am Flughafen ist und weiß jetzt nicht, was bedeuten diese Schilder, ist das natürlich eine große Hilfe. Das ist super. Ich muss sagen, ich nutze dieses Produkt auch, zum Beispiel, wann gehe ich was essen oder zum Beispiel in der Apotheke, was kaufe ich was. Und dann natürlich, diese Frau, die sagt mir, wie muss ich diese Pille nehmen. Ja, aber in einer Minute habe ich schon alles vergessen. Und das immer hilft mir mit diesen Instruktionen. Ja, das alles lesen, alles verstehen und machen keine Fehler. Also ich bin begeistert, Preis super und Funktion macht alles, was muss das machen. Und jetzt schauen wir auf Pearl.de. Das ist der Original-Neupreis mit knapp 150 Euro. Und Sie sehen, der ist ja auch rausverkauft, wie wir es Ihnen gesagt haben. Aber wer jetzt nicht warten möchte, bis er wieder da ist, der kann jetzt unseren Versandrückläufer bestellen. Da sparen Sie nochmal 30 Euro. Das ist natürlich toll für 105 Sprachen plus Kamerafunktion. Ein sehr, sehr edler Sprachübersetzer, der noch kleiner als ein Handy ist. Bereiten Sie sich jetzt schon vor, die Nachfrage ist riesengroß. Und was wir noch mit dazu empfehlen, ist eine kleine Tasche. Sie haben ja gesehen, unser Sprachübersetzer hat schon ganz viele Fingerabdrücke. Und diese Mikrofasertasche dient natürlich zum Reinigen und auch gleichzeitig zur Aufbewahrung. Und er passt perfekt da rein, ne? Ja, super. Das ist sehr praktisch, weil das immer, immer träglich, wie mein Handy oder Sprachübersetzer. Das können Sie auch für Ihre Brille nutzen, ja, weil das macht, putzt alle immer, immer sehr, sehr gut. Ja, auch Sie haben noch eine Extra-Tasche hier, zum Beispiel für Kleingeld oder für Karte. Ja, sieht fantastisch aus, zum Beispiel auf dem Gürtel, du kannst das auch haben. Einfach für mich, das ist super. Das ist nur vor allem für 4,74 Euro, da ist da vorne noch eine kleine Tasche. Da könnten Sie zum Beispiel auch das Netzteil mit reinpacken. Das kann man jetzt hier für 5,69 Euro noch mit dazu bestellen. Das passt hier wunderbar auch vorne mit in die Tasche rein, zum Beispiel um zum Laden. Also Netzteile kann man ja immer gut bebrauchen, ob es jetzt der Sprachübersetzer ist, um den zu laden oder ihr Handy oder Tablet. Weil bei den meisten Produkten kommen die Netzteile oder die Kabel mit dazu, aber das Netzteil ist nicht dabei, ne? Ja, und wir haben nie genug, diese Netzteile, ja. Ich vergesse das immer im Hotelzimmer oder im Zug oder im Auto und das brauchen wir immer, ja. Ja, für diese Preise, ich denke, das ist super, alles zusammen bestellen, ja. Und haben sie diesen super Set, ja. Aufgrund der hohen Nachfrage möchten wir Ihnen nochmal unseren Übersetzer zeigen. 105 Sprachen plus Kamerafunktion, um sich das Geschriebene zu übersetzen. Und das jetzt für 119 Euro, das ist ein Wahnsinn. Unser Sprachübersetzer ist derzeit ausverkauft, weil es unser beliebtester Sprachübersetzer ist. Aber wer möchte, kann das Ganze jetzt als Versandrückläufer bestellen und spart jetzt hier zusätzlich nochmal 30 Euro. Rufen Sie jetzt an, die bestellen dann mal die REF 46, 68, 9 und die 5, 6, 9. Am besten gleich noch mit der Mikrofasertasche dazu und das Netzteil. Und dann wird dieser Urlaub dieses Jahr ein ganz besonderes Vergnügen, denn Sie lernen nicht nur Land und Leute kennen, sondern Sie lernen vielleicht auch noch die Sprache kennen. Ja, da kann man ja auch ganz einfach Sprachen zu Hause lernen oder vielleicht auch den Kindern bei den Hausaufgaben helfen. So macht Verreisen noch mehr Spaß mit unserem Sprachübersetzer. Greifen Sie jetzt zu 0800 51 51 und dreimal die 4. Viel Spaß. Viel Spaß.